Christian Lindner gesteht Regierungszwang. In einer kontroversen Rede in der Schweiz äußerte sich der deutsche Finanzminister Christian Lindner kritisch über die aktuelle Regierungskoalition mit SPD und Grünen in Deutschland. Lindner, Mitglied der FDP, betonte, dass er sich durch die politischen Realitäten gezwungen sieht, mit diesen Parteien zu regieren. Seine Aussagen lösten umgehend Diskussionen aus, insbesondere in Bezug auf die Authentizität seiner Äußerungen und die möglichen politischen Konsequenzen. Lindners Rede fand am Institut für Schweizer Wirtschaftsforschung oder Wirtschaftspolitik statt, wo er die Gelegenheit nutzte, um seine Sicht auf die politische Lage in Deutschland zu erläutern. Er sprach dabei über Themen wie staatliche Interventionen, individuelle Freiheit und die Notwendigkeit einer freien Marktwirtschaft. Der Minister hob hervor, dass er sich in der Schweiz von den Zwängen der deutschen Politik befreit fühle und kritisierte die derzeitige Energiepolitik der deutschen Regierung, die er für einen Verlust des gesellschaftlichen Wohlstands verantwortlich macht. Lindner erklärte, dass die aktuellen energiepolitischen Entscheidungen, wie die Abschaltung von Kernkraftwerken und die Verhängung von Sanktionen gegen Russland, zu einem Anstieg der Energiekosten und einem daraus resultierenden Kaufkraftverlust in Deutschland geführt haben. Er betonte, dass der Staat nicht in der Lage sei, diesen Verlust durch Interventionen auszugleichen. Die Rede sorgte für Unruhe sowohl innerhalb der FDP als auch bei den Koalitionspartnern. Es wurde berichtet, dass innerhalb der FDP bereits 500 Unterschriften gesammelt wurden, um einen Austritt aus der Ampelkoalition zu diskutieren. Lindner, der für seine rhetorische Gewandtheit bekannt ist, scheint in seiner Rede den Wunsch nach mehr individueller Freiheit und weniger staatlicher Einmischung zum Ausdruck gebracht zu haben, was möglicherweise zu Spannungen innerhalb der Koalition führen könnte. Die Reaktionen auf Lindners Äußerungen waren gemischt. Während einige seine Ehrlichkeit lobten, kritisierten andere ihn für seine scheinbare Distanzierung von Entscheidungen, an denen er selbst beteiligt war. Die Frage bleibt, wie die FDP-Basis und die Koalitionspartner auf diese Entwicklungen reagieren werden und ob es zu einem Machtverlust innerhalb der FDP oder zu einem Bruch der Koalition kommen könnte. Lindners Aussagen könnten langfristige Auswirkungen auf das politische Klima in Deutschland haben, insbesondere hinsichtlich der Zukunft der FDP in der Regierungskoalition. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020